Mein Name ist Ali Nahle, ich bin Anlagenführer beim AGM-Bereich bei Johnson & Kohl. Ich arbeite für Johnson Controls als Chief Ingenieur und leite in dem Bereich Sound & Vibration. Manche Leute fragen sich, was du in Johnson Controls machen kannst. Ich bin in charge von dieser Station. Ich habe die Stücke auf den Panneln. Ich weiß, dass sie ein größer Team sind. Die Rolle sie spielen ist sehr wichtig. Ich habe seit ein paar Jahren angefangen, dass ich mit Kunden beschäftigt habe. Wir legen Wert auf Qualität. Das ist die höchste Priorität. Wir sind quasi die Ärzte mit den Maschinen. Wir versuchen das alle zusammen. Irgendeine Lösung für ein Problem. Dabei machen wir dann auch Messungen mit von uns eigenen entwickelten Messgeräten. Wenn ich ein Produkt develope, ich einfach auf den Kunden beschäftige. Ich frage mich, welche Art des Designs du möchtest. Air-conditioning in Cancun ist sehr wichtig. Ich arbeite mit den Kontrakten. Ich gebe ihnen die besten Optionen, auf welches die Kunden benötig sind. Hey Kurt, es ist Glenn Ponzack mit Johnson Controls. Wir möchten die Leute zurückkommen. Jeder kann das auf ihre Arbeit machen. Es ist nicht nur mein Projekt. Es ist die ganze Firma's Projekt. Wir werden die Produkt auf Zeit. Wir werden die Produktivitäts nutzen. Deswegen sind wir auch da, um die Sachen zu beheben.